Kiwi ist total verzweifelt. Er will seiner Mutter zum Geburtstag einen Kuchen backen und hat sich folgendes Rezept herausgesucht. Nämlich 500 Gramm Mehl, 3 Viertel Kilogramm Zucker und 5 Achtel Liter Milch. Nur was sind 3 Viertel Kilogramm Zucker und was sind 5 Achtel Liter Milch? Das müssen wir uns einmal genauer ansehen und dazu braucht Kiwi Bruchteile von Größen. Aber Kiwi ist ja nicht dumm und hat folgende Idee. Er erinnert sich an das letzte Mal, wo er mit seinen Freunden die Schokolade geteilt hat. Damals hat er gesagt, ich teile, ich habe zwei Freunde, die kommen. Ich will also drei Stückchen Schokolade. Ich teile also meine Schokolade in drei Teile. Wenn jetzt nur ein Freund kommt, dann hat dieser Freund einen Teil der Schokolade, also ein Drittel und ich selber bekomme zwei Drittel der Schokolade. Und genau dasselbe könnte ich ja jetzt mit dem Zucker machen. Also nimmt Kiwi einfach einen Kilogramm Zucker. Und was muss er machen? Er muss dieses Kilogramm Zucker eben in vier gleich große Teile teilen. Hm, jetzt hat er aber noch ein Problem. Ein Kilogramm Zucker in vier gleich große Teile teilen. Auch hier hat Kiwi eine Idee. Er weiß nämlich, dass ein Kilogramm von letztem Jahr 1000 Gramm sind. Also hat ein Haufen der Zucker genau 250 Gramm. Jetzt weiß er, ein Viertel von einem Kilogramm Zucker sind 250 Gramm. Er braucht aber drei Viertel davon, also 750 Gramm. Genauso macht er es mit der Milch. Hier hat er einen Liter Milch und erinnert sich an letztes Jahr. Ein Liter Milch sind nichts anderes wie 1000 Milliliter. Jetzt muss er also diese 1000 Milliliter wieder in acht kleine Gefäße umfüllen. Jetzt muss man überlegen, wie viel passt dann in ein Gefäß rein. 1000 geteilt durch 8 sind 125 Milliliter. Und wenn er 8 mal diese 125 Milliliter hat, ist er wieder bei 1000 Milliliter und bei diesem einem Liter. Und er braucht genau fünf Teile davon. Also 5 mal 125 Milliliter und das wären 625 Milliliter. Wie geht man jetzt mathematisch dabei vor? Man hat also drei Viertel Kilogramm Zucker. Man muss sich also erst einmal schauen, drei Viertel Kilogramm geht nicht. Ich muss jetzt erstmal die nächst kleinere Einheit, nämlich in Gramm. Und dann rechne ich einfach auf ein Viertel zurück. Also geteilt durch 4, geteilt durch den Nenner. Dann bleiben wir 250 Gramm. 250 Gramm sind eben genau ein Viertel von 1000 Gramm. Ich will aber drei Viertel haben, also muss ich nochmal drei rechnen. Und dann habe ich 750 Gramm. Das Ganze geht natürlich auch bei Metern zum Beispiel. Zwei Fünftel Meter. Hier rechne ich einfach zum Beispiel auf Zentimeter. Ich hätte auch auf Dezimeter rechnen können. Dann weiß ich 100 Zentimeter. Jetzt will ich ein Fünftel davon haben. Ich rechne also zurück auf ein Fünftel, geteilt durch 5. 100 geteilt durch 5 sind 20 Zentimeter. Und jetzt will ich zwei davon haben. Ich rechne also auf zwei Fünftel hoch mal 2. Bin bei 40 Zentimeter. Zwei Fünftel Meter entsprechen also 40 Zentimeter. Was muss man also machen? Wenn man einen Bruchteil von Größen herausfinden will, so rechnet man zuerst auf einen Teil zurück. Also ein Viertel oder ein Fünftel und dann auf die gelünschte Anzahl der Teile hoch. In unserem Fall eben drei Viertel oder zwei Fünftel. Aufpassen, häufig muss man noch kleinere Einheiten einsetzen, weil man mit einem Kilogramm oder mit einem Meter eben das nicht rechnen kann. Bis zum nächsten Mal.